Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Atzen. Hallo. Und Micha. Moin. Ach, wieder eine Woche geschafft. Yay. Ach ja, ach ja. Das war tatsächlich in vielerlei Hinsicht eine sehr anstrengende Woche. Oh ja. Umso mehr habe ich das Wochenende genossen. Deswegen sitzt du jetzt hier auch mit uns an einem Sonntag und abends und nimmst den Podcast auf. Ja, warum? Ich meine, ich hatte einen schönen Samstag, ich hatte einen schönen Sonntag. Da kann man doch am Wochenende zum Abschluss nochmal etwas Verpflichtendes tun. Ach ja, mal komm schon, der Podcast ist doch spaßig. Ja, das stimmt auch. Man kann sich dann mal richtig schön auskratschen. Ich habe jetzt eine Woche lang für das Finanzamt Unterlagen zusammengesucht und zusammengeschrieben und so weiter. Glaubt mir, heute ist gar nichts mehr schön. Ich bin einfach nur fertig auf dem Reifen. Jetzt hast du ja Podcast. Jetzt ist ja alles gut. Jetzt kannst du dich so richtig fett auskotzen. Ich weiß nicht, Matze, das hat sich jetzt gerade ehrlich gesagt, er hat eine Drohung angehört. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie. Stimmt, so einen leicht bedrohlichen Unterton hat er. Aber das Wort Steuererklärung hört sich genauso bedrohlich an. Uiuiui. Ich bin immer noch froh, dass ich das bisher nicht machen musste, aber mir graut es davor. Starten wir doch einfach mal mit den Themen. Wir haben heute dann doch wieder ein paar. Gott sei Dank nichts mit Steuererklärung. Na toll, dafür kommt jetzt Corona. Machen wir das kurz. Corona, alles scheiße. Nächstes Thema. Wir können es eigentlich so sagen, dass sich so viel in Japan mal wieder nicht geändert hat. Nicht wirklich. Es wurden halt immer mehr Mutationen des Coronavirus gefunden. Genau genommen jetzt eine ganz neue, irgendwie bei einem Mann, der aus den Philippinen nach Japan eingereist ist. Also noch eine ganz unbekannte Mutation. Dazu kommt, dass die Infektionen mit Mutationen in Japan ansteigen. Und man hat mittlerweile sehr, sehr viel Angst vor einer vierten Welle. Darauf bereitet sich auch gerade das Gesundheitsministerium mit einem neuen Maßnahmenplan vor. Denn man möchte verhindern, dass wenn es zu einer neuen Welle kommen sollte. Moment, die sind schon in der vierten, da nehme ich mich gerade nicht irre. Ich glaube, in der vierten sind es schon. Ich weiß, bei Japan ist das so ein Wischiwaschi. Da kann man eigentlich das nicht so genau abgrenzen. Aber auf jeden Fall möchte man die Situation verhindern, dass es nochmal eine Krankenhausüberlastung gibt. Ich bin mal gespannt, ob sie es schaffen. Ja, allein das Wort Maßnahmenplan ist irgendwie neu und frisch, wenn man von Japan und Corona hier redet. Das höre ich mal gern, wenn sie solche Wörter rausbringen. Ja, gut, kann alles definitiv nicht schaden. Weitere Maßnahmen betreffen die Olympischen Spiele. Wir hatten ja schon gesagt, dass ausländische Zuschauer jetzt nicht mehr einreisen dürfen. Hatten wir das eigentlich schon gesagt? Nein, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass es sehr wahrscheinlich ist. Aber dann hat man ja kurz darauf doch relativ sehr schnell beschlossen, dass es nicht ist. Okay, dann Kurzerklärung. Die japanische Regierung hat ganz spontan letzte Woche entschlossen, dass ausländische Zuschauer bei den Olympischen Spielen nicht dabei sein sollen. Das soll jetzt formal noch diese Woche beschlossen werden, wenn man mich gerade nicht irre. Steht allerdings auch immer noch nicht fest, ob denn überhaupt inländische Zuschauer zugelassen sind und wenn ja, wie viele. Gleichzeitig haben sie dann jetzt auch noch Regierung gebeten, dass wenn sie eine Delegation nach Japan schicken zu den Olympischen Spielen, die bitte nur maximal elf Leute umfassen darf. Und es gibt ganz, 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 ganz große Einschränkungen auch für die Diplomaten, denn sie müssen vorher in Quarantäne, sie dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und so weiter und so fort. Sie dürfen eigentlich nur bei den Spielen dabei sein. Hm, ja, das sieht so aus, als würde es eine ganz kleine, kuschelige Angelegenheit werden, die Olympischen Spiele nicht mal. Ja, mir tun irgendwie die Athleten leid. Als weiterer Punkt, was die Olympischen Spiele angeht, ist, dass der Olympische Fackellauf, der am 25. starten soll, wenn ich mich gerade nicht irre, ohne Zuschauer stattfinden wird. Das heißt also, die Veranstaltung zu Beginn und zum Ende soll einfach gar keiner dabei sein und die Leute sollen bitte auch nicht beim Lauf irgendwie auf die Straße latschen. Dafür hat man ja schon Prominente vom Lauf ausgeschlossen, weil es könnte ja sein, dass sie zu viele Menschen anziehen. Und das möchte man halt eben verhindern und deswegen dürfen keine Zuschauer dabei sein. Also im Endeffekt, wir kriegen Olympische Spiele der Form halber. Ja. Wahrscheinlich nur, um noch irgendwie zu rechtfertigen, dass sie so viel Geld da reingepumpt haben. Also das mit den, also ich finde es gut, dass man jetzt da wenigstens ein bisschen konsequent ist und nicht doch noch weich wird, das Geld ist wegen. Aber ich frage mich, ob vor allem die Maßnahme mit dem Fackellauf ohne Zuschauer funktioniert. Weil du kannst die Menschen nicht davon abhalten, auf die Straße zu gehen. Das geht nicht. Definitiv nicht. Es ist auch vor allen Dingen noch der Punkt, dass eine ganz, ganz aktuelle Umfrage, die kam nämlich tatsächlich eben gerade erst raus, mittlerweile besagt, dass noch 9% der Menschen in Japan eigentlich sagen, ja, Olympische Spiele müssen stattfinden. Der Rest sagt, nee, das ist doch alles Quatsch. Ja. Die Sache ist wahrscheinlich mittlerweile schon gegessen. Definitiv. Aber, Banks, wenn du vorhin sagst, man kann einfach nicht den Leuten verbieten, auf die Straße zu gehen, das mag stimmen, aber trotzdem schreckt das nicht, die japanische Regierung davor ab, es zu versuchen. Ah ja, das, man kann es ja versuchen, genau. Ja, man kann es versuchen. Die Kirschblütensaison ist ja jetzt im Kommen. Die ersten Blüten findet man schon, obwohl es schon ein bisschen früh ist dafür. Tatsächlich sind die ersten Blüten dieses Jahr in Hiroshima gesichtet worden. Es müssen halt fünf Blüten an einem bestimmten Baum sein, der von der Wetteragentur überwacht wird. Und das war jetzt in der letzten Woche tatsächlich in Hiroshima der Fall. Und zwar Tage früher als normal. Und in Tokio wurden am 14. bei einem besagten Baum die ersten Blüten gefunden, was auch viel, viel früher ist als alle, wie heißen sie? Als die Jahre zuvor, meinst du? Nee, als alle Vorhersagen. Genau. Also es ist halt viel, viel früher als alle Vorhersagen. Und ja, damit hat die Hanami-Zeit in den beiden Städten zumindest schon mal begonnen. Ja, und dann gleich heißt es Picknicks verboten. Also nicht rausgehen unter die Kirschbäume und den Sake und die kleine Snacks rausholen. Das ist alles, dürft ihr nicht. Das sagen sie, aber ich weiß nicht, wie ist es durch? Also ich habe so kleine Flashbacks. So ein Déjà-vu. Bei mir läuft gerade die schwarze Katze hier vorbei. Dasselbe haben sie letztes Jahr schon versucht. Und wenn ich mich recht entsinne, hat es nicht funktioniert. Nein, überhaupt nicht. Also gar nicht, so naranjet. Also man hat, die Japaner sind ja nett und höflich, da haben seit ein paar Polizeibeamten hingestellt, die immer gesagt haben, bitte gehen sie nicht auf den Rasen, bitte gehst sie sich nicht hin und machen sie kein Picknick. Aber das war auch alles, was sie getan haben. Ich weiß, dass es in einer Region tatsächlich dann eine Räumung gab, aber das war wirklich so Einzelfälle, wo man dann halt doch irgendwie Leute gesagt hat, hey, ihr müsst jetzt einpacken. Und anders als in Deutschland fängt man dann halt auch keine Prügelei ein, sondern packt wirklich ein. Aber das waren halt ja Ausnahmen. Ja, irgendwie der Glaube an die Pflichtbewusstsein und an die Regelkonformität und dass die Leute halt immer noch der Regierung zuhören, der ist noch da. Denn dann gibt es doch tatsächlich wir Firmen wie ein Chauffeurservice, der dann anbietet, die Blütensaison vom Auto aus zu erleben. Dann wirst du durch die schönen Alleen gefahren, in einer Limousine und dann kannst du hinter dem Glas den Blüten zuschauen und dann in der Limousine essen und trinken. Ja, aber sagen wir mal ehrlich, das setzt zum Picknick eigentlich nicht. Die Picknicks sind schon immer sehr, sehr schön. Ja. Aber es heißt ja nicht umsonst, du kannst in Japaner alles nehmen, aber nicht die Kirschblüten. Nee, da wird es gefährlich. Ja, da wird es wirklich gefährlich. Ist auch die Frage, wie hart sie vorgeht. Man darf nicht vergessen, dass auch in Japan dieses Jahr noch große Wahlen anstehen. Und ich denke, da wird man auch sehr vorsichtig agieren. Insgesamt ist es aber so, dass Japan eigentlich versucht, weiterhin eher dicht zu machen. Auch nach außen, aber auch halt innen. Und halt sagt, nee, Leute, wir müssen hier halt höllisch aufpassen. Problem ist halt, auch die Japaner sind halt langsam müde, was die ganzen Maßnahmen angeht. Was heißt langsam müde? Sie sind eigentlich total müde. Ist auch irgendwo verständlich. Weil bisher war es ja nur so, bitte schenkt euch selbst ein. Ist doch klar, dass man sich dann irgendwann hinstellt und sagt, leck mich. Ja, ich meine, da ist auch Deutschland so das beste Beispiel. Kaum hat man bei uns gesagt, wir haben so ein klitzkleines bisschen Lockerungen, dann rennen die Leute auch gleich in den nächsten Park oder in das nächste Einkaufszentrum. Einfach weil, naja, man sitzt so lange zu Hause, da möchte man eigentlich auch mal was Schönes haben. Das ist meistens dann aber das genaue Problem, weswegen wir dann danach nicht mehr was Schönes haben. Aber naja, gut, wie gesagt, ich verstehe die Japaner auch. Man versucht sich da so zusammenzureißen. Und seien wir doch mal ehrlich, wir haben doch gestern gesehen, die Leute wollen doch unbedingt eine neue Welle haben. Oh Gott, oh Gott, ja. Aber lassen wir das Thema hier mal, weil ich glaube, da können wir Stunden drüber reden und würden wahrscheinlich den Schleudertrauma kriegen vor Kopfschütteln. Ja, wir können ja mit dem Thema auch hören für Corona, das ein bisschen positiver ist. Ne, wir haben tatsächlich noch zwei Themen für Corona. Wir haben zwei? Ja, genau, tatsächlich noch zwei. Es ist nämlich noch eine Sache passiert letzte Woche, denn die japanische Regierung hat ja schärfere Quarantäne-Maßnahmen eingeführt. Also im Prinzip darf ja eh sowieso keiner einreisen, aber falls es doch passieren sollte, dann müssen Leute aus bestimmten Ländern jetzt halt in verschärfter Quarantäne. Und es ist so, dass die beiden größten Fluggesellschaften sich dem angepasst haben und teilweise Flüge nach Japan aus bestimmten Ländern ausgesetzt oder ganz, 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 ganz drastisch reduziert haben. Heißt, es wird immer schwieriger, nach Japan zu kommen. Und man darf ja nicht vergessen, dadurch, dass die Zuschauer aus dem Ausland bei den Olympischspielen nicht dabei sein sollen, wird jeder, der meint, jo, ich kann bald wieder nach Japan reisen, jetzt wahrscheinlich merken, oh scheiße, es wird wohl erstmal lange, lange Zeit nichts werden. Also wir können damit rechnen, dass es eigentlich dieses Jahr nichts erwirrt. Das ist so meine Vermutung. Komisch, ich hatte eigentlich gedacht schon die ganze Zeit, dass es eh nicht möglich wäre, nach Japan einzureisen. Es gibt sehr viele Leute, die haben noch Hoffnung, kann ich auch irgendwo verstehen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, also wenn dann die eigenen Fluggesellschaften sagen, wir machen das nicht mehr und die würden das ja gerne machen, weil deren Existenz hängt davon ab, dann ist so ziemlich sicher, dass das jetzt Ende Gelände ist. Richtig. Gut, ich meine, Reisen ist momentan vielleicht eh eine doofe Idee, weil auch wenn man sagt, hey, in Deutschland klappt das Impfen überhaupt nicht, schaut mal nach Japan rüber, da klappt das nämlich gar nicht. Ja, außerdem haben wir jetzt auch noch dieses, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriege, das kleine Problem mit einem gewissen Impfstoff, wo man ja zum Beispiel auch den Versand in Europa eingestellt oder zumindest beschränkt hat. Und das hat wahrscheinlich auch für Japan Folgen, also ich weiß nicht. Nee, in Japan wird ja tatsächlich von einem Subunternehmen hergestellt. Ah, naja, aber ich weiß, es geht ja... Ganz kurz, der nächste Impfstoff wird erst im Mai freigegeben, das ist das Problem. Ja, das wollte ich nicht gerade sagen, das ist da, naja, das ist schön und gut, aber trotzdem haben sie da immer noch ein Problem mit den Freigaben. Ja, richtig. Also es klappt eigentlich so gut wie gar nicht, auch wenn man immer noch sehr positiv ist, aber nee. Ich meine, was anderes bleibt ja nicht übrig, wenn wir negativ in der Ecke sitzen und dunkle Wolken grübeln, hilft ja keinem weiter. Nö, das natürlich nicht, das ist schon richtig. Ist aber halt einfach so, dass die Situation momentan einfach noch keine Touristen zulassen wird. Also wie gesagt, ich rechne dieses Jahr nicht mehr damit. Und ja, ich bin da ruhig ein bisschen pessimistisch eingestellt, tut mir auch wirklich leid, aber ich schreibe den ganzen Tag drüber. Ich glaube, ein anderes Bild kann ich mir nicht bilden. Ja, egal wie wir es drehen und wenden, Japan muss sich zuerst mal um seinen eigenen Bürger kümmern, was das angeht. Und einen kleinen Licht bekamen wir ja, der hat nämlich einen Telefondienst in Tokio eingerichtet, der sich dann um die Leute kümmert, die sich zu Hause von Corona erholen. Und wir wissen, in Japan ist das eine ganze Menge. Und da ist auch öfters so, dass der Krankheitsverlauf zu Hause manchmal überhaupt nicht glimpflich ausgeht. Und dass man da eine 24-Stunden-Hotline hat, wo man zwar jetzt jederzeit anrufen kann und mit den Leuten reden kann, sich informieren kann, was man denn machen kann, wenn es einem schlechter geht und so. Das ist schon mal eine gute Sache. Und dieser Dienst geht für einen noch einkaufen, wenn man in Quarantäne sitzt. Oh, das ist natürlich toll. Das finde ich auch gut, weil abgesehen von der Tatsache, dass es jetzt mehrmals vorgekommen ist, dass die Leute, man muss es glaube ich ein bisschen sehr hart ausdrücken, aber dass die wirklich kläglich verstorben sind alleine. Einfach, weil keiner mitgekriegt hat, dass es denen so schlecht ging oder sie keine Hilfe holen konnten. Das sind auch manchmal so ganz Kleinigkeiten, dass dann sie zum Beispiel, wie gesagt, keine Lebensmittel mehr haben oder irgendwie ganz dringend vielleicht billige Kermente brauchen und sowas. Das hatten sich viele tatsächlich gewünscht, dass man da einen Dienst hat. Und das ist da jetzt endlich ein, finde ich sehr gut. Schade, dass es so lange gedauert hat, aber hey, besser jetzt als nie. Ja, das stimmt. So, aber lassen wir das Thema Corona mal hinter uns, denn wir hatten ja letzte Woche auch den 10. Jahrestag der Katastrophe in Fukushima und des Erdbebens und Tsunamis. Und dank Corona konnte leider alle Feiern auch nur sehr so im kleinen Rahmen abgehalten werden. Der Chef von TEPCO, der hat es gleich ganz vermieden, irgendwas zu machen. Ja, ja, der hat noch nicht mal das Werk besucht. Genau, man muss ganz kurz erwähnen, normalerweise jeder amtierende Chef fährt eigentlich zum Jahrestag immer in das Werk in Fukushima. Und der jetzt Amtierende, ich weiß gar nicht, ob er schon seit 10 Jahren auf dem Studium, ich weiß jetzt nicht, wie lange er da schon Chef ist, aber in diesem Jahr sagt er, Pandemie, nö, diesmal nicht. Es gab auch keine Pressekonferenz. Er hat sich sehr bedeckt gehalten. Es gab nur eine kurze Ansprache an die Mitarbeiter in Tokio und das war's. Ja, ausgerechnet dieses Jahr, willst du dich absichtlich unbeliebt machen oder was hast du vor? Kann man sich noch unbeliebter machen, als ein Atomkraftwerk in seinem Portfolio zu haben, das in die Luft geflogen ist? Ich weiß nicht, anscheinend versucht er es. Sagen wir es einfach mal so rum, Sympathiepunkte hat er dadurch nicht gesammelt. Nein, das definitiv nicht. Jedenfalls hat Japan eigentlich überall getrauert an dem Tag, genau genommen halt am 11. März. Und eben die mehr als 15.000 Todesopfer, ja, betrauert. Um 8.46 Uhr gab es dann eine landesweite Schweigeminute. Und haufenweise Gottesdienste. Menschen haben Luftballons in die Luft steigen lassen. Und natürlich gab es auch eine kleine Zeremonie, wo der Kaiser und auch der Premierminister dabei war, der versprochen hat, dass die Regierung kontinuierlich und nahtlose Unterstützung leisten wird. Da wird es bloß, dass die Katastrophenaufbaumaßnahmen jetzt eingeschränkt werden, also die finanziellen Mittel gekürzt werden. Also im Prinzip ein Land hat halt getrauert. Irgendwie ziemlich beunruhigend, dass wir am Leben waren, zu unseren Lebzeiten, zwei große Atomunglücke passiert sind. Ich war zwar nur drei Jahre alt, als das in Tschernobyl passiert ist, aber trotzdem, das ist, ich habe es irgendwie schwer, das noch zu verarbeiten. Als es damals passiert ist, hat es sich für mich so irreal angefühlt. Ja, das ist so ähnlich wie mit den Zwillingsfirmen in den USA. Ich habe damals zuerst gedacht, ist das ein Trailer für einen Film? Ich habe das halt nur nebenbei im Fernsehen laufen gehabt, ohne Ton. Ich habe damals gedacht, oh, das ist doch ein Trailer oder was. Und dann habe ich den Ton angeschaltet und dachte mir, ach du heutige Gütchen. Und das Gleiche war halt auch mit dem, was in Japan stattgefunden hat. Ich habe zu Anfang auch erst gedacht, das kann doch nicht real sein. Und kurze Zeit später ist deswegen Sobika entstanden. Das war schon, ja, ich weiß nicht, ich hatte mich auch irgendwie so hingesetzt nach zehn Jahren und dann überlegt, wie ich damals darauf reagiert habe. Also, ich weiß nicht, ich kann mich eigentlich nicht wirklich daran erinnern, weil was ich mich eher erinnern kann, dass ich tatsächlich denn bei Demonstrationen deswegen teilgenommen habe. Also wir hatten tatsächlich eine eigene Gruppe hier bei uns in der Stadt, die dann regelmäßig Mahnwachen abgehalten hat. Ich glaube, vor einem Jahr. Und ja, das war, glaube ich, so das Einzige, was ich mich als Reaktion erinnern kann. Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch so, auch so ungläubig, dass ich das auch nicht gar nicht wahrhaben wollte, was da eigentlich passiert ist. Also ich muss sagen, was mich an dem Tag ein bisschen erschreckt hat jetzt, war eine Reaktion, die ich bei Facebook und so weiter verfolgen durfte, bei anderen Medien, die halt darüber geschrieben haben. Wobei ich auch sagen muss, ich fand die Berichterstattung teilweise auch hart an der Schmerzgrenze. Denn ich bin es gewöhnt, dass man sehr viel Falsches über Japan schreibt. Gerade wenn man halt eben sich nicht sehr stark mit dem Land beschäftigt. Aber was das Thema Atomkraft angeht, also da habe ich mir echt gedacht, bei einigen Artikeln, du heilige Gütchen, da hat ja sowas von überhaupt keine Ahnung gehabt. Props gehen raus an die Kollegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber die Reaktionen, die Kommentare teilweise, die haben mich tatsächlich ein bisschen schockiert, weil es war einfach eine sehr, sehr schlimme Katastrophe. Und trotz allem haben sich so viele darüber lustig gemacht und so weiter. Es ist unmöglich. Also das ist so eine Sache, wo ich halt wieder gesagt habe, mein Gott, wir haben die Schwurbler und wir haben solche Vollidioten. Langsam ist doch wirklich mal genug. Also ich muss mal dazu sagen, ich hatte tatsächlich zwei Sachen. Einerseits gab es ja halt aufs Twitter den Hashtag Fukushima. Und ich hatte eigentlich erwartet, also ich habe ihn mir halt in Doch angeklieben, dann hatte er eigentlich auch erwartet, ich weiß nicht, Trauerbekennung und irgendwelche Aktionen. Und ich war wirklich schockiert, dass ich zahlreiche Tweets, übrigens überwiegend von AfD-Mitgliedern gefunden habe, die sich darüber beschwert haben, dass dieses Ereignis doch Deutschland zu einem Land der Angst, was Atomkraft angemacht hat, weil Atomkraft sei ja gar nicht so schlimm, es sei ja niemand gestorben. Und ich dachte in dem Moment, natürlich ist niemand gestorben an der Strahlung ihr Affen, also zumindestens nicht offiziell, weil man sofort evakuiert hat oder man hat versucht, möglichst schnell zu evakuieren. Man hat halt nicht die Leute einfach da sitzen lassen. Und zweitens stimmt das auch gar nicht, weil wenn ich mich recht entsinne, 2018 hat man den ersten Angestellten am zerstörten Kernkraftwerk, der ist verstorben und man hatte den Todesfall tatsächlich als Strahlentod eingestuft. Und er war damit praktisch das erste Opfer von Fukushima. Und das ist wie bei Tschernobyl, Strahlung tötet manchmal sehr langsam. Ja und außerdem sollte man dazu sagen, gerade die AfD mal wieder oder überhaupt die ganzen AfD-Fragels, sie sollten wirklich mal gucken, was auch in Deutschland nach Tschernobyl hier los war. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ja auch da habe ich schon gelebt, Gott bin ich alt. Dass wir ganz gesagt haben, es geht jetzt bloß nicht in den Wald und sammelt Pilze und so weiter und so fort. Also das war um Längen heftiger als das, was damals in Fukushima passiert ist. Der Atomausstieg, der wäre so oder so bei uns gekommen. Ja, also meine Mutter hat mir auch immer erzählt, dass man halt ihnen verboten hat, Pilze zu sammeln. Und dass tatsächlich einige Regionen angehalten wurden, die Fenster für einen Zeitraum nicht zu... Also dass man nicht rausgehen sollte wegen Regen und Staub und so. Genau, das war bei uns auch so. Ich stelle mir das mal vor, wie viel Angst müssten die Menschen damals schon gehabt haben vor sowas, weil man wusste ja überhaupt nicht, was passiert ist, wie man darauf reagieren sollte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das damals, da war ich halt noch sehr, sehr klein, als ich das mitbekommen habe. Das war schon tatsächlich bei uns im Dorf ein ganz, ganz großes Thema, weil wir halt, ich würde nicht sagen nah dran, aber wir waren halt äußerster Zipfel von Deutschland damals. Wogemerkt, damals gab es ja noch die DDR-Grenze. Und da haben sich sehr, sehr viele ganz große Sorgen gemacht. Das ist nicht fast so weit, dass nachher die Milchbauern ihre Milch nicht mehr losgeworden sind und also solche Sprinzchen. Also die Angst war groß. Ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, wie die Menschen sich in Japan zu dem Zeitpunkt gefühlt haben, weil die wussten, was Strahlung in dem Zeitpunkt macht, weil es war schon mal sowas passiert. Und sie wussten auch, was passiert, wenn sich zum Beispiel der Wind dreht. Da war ja, ich weiß, daran kann ich mich erinnern, große Panik in Tokio, weil man Angst hatte, dass der Wind sich dreht und die ganze Stadt diesen Staub halt abkriegt. Glücklicherweise war das nicht doch so, also war es nicht so schlimm, wie man erwartet hat, aber trotzdem. Naja, es kommt ja auch nur wirtschaftlich gesehen. Eine ganz andere Sache dazu, denn Fukushima, also die Präfektur, war gerade ein aufstrebender Fleischproduzent und hat sich wirklich einen Namen gemacht für sehr, sehr exklusives Fleisch, was auch sehr, sehr teuer war. Und das wurde ja auch von einem Tag auf den anderen komplett im Prinzip zerstört. Dazu kommt die Landwirtschaft, die Fischerei, also das ist einfach heftig. Und dann muss man auch sagen, auch da ist es dann wieder so eine Sache, wenn man dann hört, dass Gelder der Regierung, die für den Wiederaufbau eigentlich gedacht worden sind, einfach zweckentfremdet wurden, also veruntreut wurden. Und sowas, wo man sich dann so denkt, Leute, wie könnt ihr euch daran eigentlich bereichern? Seid ihr nicht ganz heiter in der Birne? Hm. Naja, also schwarze Schafe gibt es da immer, das ist leider sehr traurig. Wir haben übrigens bei uns einen Artikel, den werden wir euch auch verlinken, der fasst einfach mal zusammen, was nach der Explosion bis heute alles passiert ist in Fukushima. Das ist so chronologisch zusammengefasst, da könnt ihr das mal ein bisschen im Schnellverfahren nachlesen. Ja, diesen Monat hat man sowieso die Gelegenheit, sich zu informieren. Besonders in der heutigen Welt, wo Informationen viel einfacher zu bekommen sind und in größerer Fülle als damals zu Tschernobyl-Zeiten. Wer es genau wissen will, kann man mal auf den Artikel vom Rolling Sushi Podcast 119 gehen, das ist die Monatsvorschau. Da haben wir aufgelistet, was alles im März im Fernsehen oder bei ARTE Online alles so läuft, an Dokumentationen und es ist eine Menge. Zu Folge 119 sollten wir es auch noch ganz kurz erwähnen, da wurden wir mich auch schon drauf angesprochen, die ist bei Spotify ein bisschen verschwunden und wir wissen einfach nicht warum. Wir hatten leider ein leichtes technisches Problem, dass wir auf einmal nur, naja, nicht hatten wir keinen wirklichen Sound-File oder beziehungsweise, das Wort hat nichts gesprochen, wir haben die Folge dann nochmal hochgeladen. Aber naja, Spotify war wohl der Meinung, ist kaputt, lassen wir das mal. Deswegen ist die Folge da leider nicht erhältlich. Dann müsst ihr dann halt eben zu iTunes, Deezer oder direkt auf die Webseite gehen. Falls ihr die Folge hören wollt. Tut uns leid, aber wir haben die Support angeschrieben, nur bisher noch keine Rückantwort bekommen. Was man auch noch erwähnen sollte, ist, dass die Präfektur, also Präfektur Fukushima plant, bis 2040 ausschließlich erneuerbare Energie zu nutzen. Und hier geht jetzt mal die Props an die typischen Schwurbler-Seiten raus. Und sorry, anders kann ich euch nicht nennen, die nämlich einen anderen Artikel von uns verlinkt haben. Da hat Fukushima nämlich ein Windkraftprojekt geschlossen. Da wurde super geteilt mit dem Argument hier, selbst in Fukushima machen sie dicht und so weiter. Leute, ihr hättet auch mal diesen Artikel lesen sollen, denn hier steht das tatsächlich ganz anders drin. Ja, also es stimmt schon. Fukushima zum Trotz des Scheitern ihres großen Windkraftprojekts haben die Fortschritte geleistet, was erneuerbare Energie angeht, wo ganz Japan sich eine Scheibe abschreiten könnte. Oh ja, definitiv. Ja, also dieses Windparkprojekt, das ist tatsächlich international mittlerweile berüchtigt, weil man halt ganz groß besaunt hat, wir machen ein absolut neuwertiges, also es war so ein Offshore-schwimmender Windpark. Übrigens bekloppt die Idee, wieso musste man unbedingt das machen? Und das sollte mit dem größten Windrad, was es bisher in dieser Form gibt, funktionieren. Hat nicht funktioniert. Die Dinger wurden zwar gebaut, aber haben im Prinzip so gut wie keinen Strom produziert, was halt schlecht ist. Man hat halt beschlossen, dass man sie wieder abbaut. Also das erste, die größte Turbine wurde bereits, das war glaube ich sieben Watt oder so, Megawatt oder Kilowatt, keine Ahnung, jetzt war die größte Turbine. Die wurde bereits letztes Jahr angefangen zu verschrotten. Und jetzt sind zur Zeit die anderen zwei dran. Das sind aber trotzdem... Mach du ruhig, nimm mich da raus. Viele sind deswegen sehr enttäuscht, weil man hat sehr viel versprochen. Man hat gesagt, man fördert damit die Wirtschaft. Man hat den Fischern versprochen, dass für sie auch was raus springt, das ist halt weg. Aber wie du bereits sagtest, das ist halt nur ein schwarzes Schaf in einer sehr langen Liste mit erfolgreichen Projekten. Weil zum Beispiel Wasserkraft in Fukushima erzeugt bereits 35 Prozent der kompletten Energie. Auch bei Windrädern sieht das ziemlich gut aus. Man hat vorhin ein riesiges Projekt von 300 bis 600 Windrädern im Abokuma-Hochland zu bauen. Und es gibt unglaublich viele Investoren, die halt sich bereit erklärt haben, dass sie da mithelfen. Es wurden Verträge geschlossen und es sieht wahnsinnig gut aus, dass Fukushima tatsächlich sein Ziel bis 2040 erreicht, wenn nicht sogar schneller. Dementsprechend Props an Titschi. Das nächste Mal besser recherchieren könnte Wunder helfen. Es ist auch richtig schade mit dem Offshore-Windpark. Denn die Idee, das Konzept des Offshore-Windparks ist sehr, sehr vielversprechend. Auch hier in Europa an der Nordsee ist wahrscheinlich ein Offshore-Windpark eine der besten Möglichkeiten, erneuerbare Energie zu holen. Weil die sind vergleichsweise einfach zu bauen und vergleichsweise wartungsfrei. Und die steuern noch nicht so besonders. Zumindest die, die sie bei uns im Ziel hatten. In Japan, da hatten sie ja andere Vorstellungen. Bei uns wollten sie ja kleinere Turbinen dahin bauen, die einfach da schwimmen können. Festgemacht am Boden, am Meeresgrund. Und die kann man in Ruhe lassen. Ja, das wäre schade, dass die Idee jetzt erst so richtig reif ist. Das hätte Fukushima früher brauchen können. Ja gut. Man hat sich einfach... Oh, Verzeihung. Ja, das war so eine Aufbruchsstimmung. Da kennen wir ja eine Aufbruchsstimmung in irgendeiner, ich sage jetzt in Abführungsstrichen Regierung. Das geht in der Regel immer, zum ersten Mal immer schief. Grundsätzlich. Ja, man hat sich ja einfach zu viel vorgenommen. Man hat halt gesagt, oh, wir bauen die größte Turbine, wir bauen ein ganz neues Konzept. Und ich sage, warum? Warum habt ihr denn nicht erst mal das genommen, von dem ihr wisst, dass es funktioniert? Stattdessen hat man sich halt was ganz Innovatives ausgesucht. Und naja, mit neuen Ideen ist es halt oft so, dass sie dann im Beginn scheitern. Oder nicht das sind, was man am Ende eigentlich haben will. Sie haben halt einen auf Andi Scheuer gemacht. Mein Gott. Ja, bei anderen Sachen haben sie es halt dann gut gemacht. Richtig. Beim Solaranergie sind sie doch auf Platz 1 jetzt, oder? Also bei der letzten landesweiten Umfrage, ja, waren sie an der Spitze. Das liegt doch daran, dass man vor allem viele Privathaushalte davon überzeugt hat, dass sie sich Solarzellen aufs Dach packen kann. Ungenetzte Flächen wie Golfplätze haben ebenfalls Solarzellen. Also es gibt auch eine ganz andere Denkweise teilweise in dieser Region. Während halt, ich erinnere mich, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr einmal darüber gesprochen, dass es eine Gemeinde in Japan gibt, die zum Beispiel keinen Windpark will, weil das das Bild der Natur irgendwie zerstört. Und man hat in Fukushima eine ganz andere Denkweise. Darf ich da ganz kurz mal korrigieren? Das ging um einen Solarpark. Ach, Solarpark. Ja, ich wusste das nicht mehr so genau. Aber ich weiß bloß, dass man sich wahnsinnig aufgeregt hat, dass man das nicht möchte. Ja gut, der Platz war aber auch wirklich ein bisschen blöd gewählt. Also Bergabhangen mal komplett zum Solarpark zu machen, weil es ist nicht unbedingt gerade die beste Idee. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja, aber man war ja auch gar nicht für einen Kompromiss bereit. Man hat das ja komplett abgelehnt. Die meinte, ja, man möchte sich vielleicht einigen. Und die meinten so, nö, wollen wir wirklich gar nicht so. Erinnert mich irgendwie an dieselben Argumente, die du in Deutschland auch hörst. Ich meine, anderes Land, selbe Argumente, auf der ganzen Welt dieselben. Naja, man muss halt dazu sagen, dass dieses, die Stadt, beziehungsweise Dorf, das sich dagegen gewehrt hat, aus einer sehr durchschnittlich älteren Bevölkerung besteht. Also das wundert mich eigentlich gar nicht, weil irgendwie, also mir kommt das momentan so vor, dass unsere Jugend oder die jüngere Generation halt sagt, ey Leute, wir müssen was ändern, macht endlich, wir haben kein Problem damit. Und gerade die ältere Generation, nicht alle, das weiß ich selbst, ich gehöre ja auch dazu, ich war sofort dafür, aber sehr, sehr viele aus dieser Generation sich hinstellen und sagen, ach komm, das hat die Jahre funktioniert, das wird jetzt auch die nächsten 20 Jahre funktionieren, dann bin ich tot und mir ist sowieso alles egal. Und das ist in Japan halt definitiv nicht anders. Und die haben halt auch einen sehr, sehr hohen Anteil an älteren Menschen, die sich halt gerne mal querstellen. Oh ja. Aber, naja. Ich meine, ich möchte mich auch manchmal zu den älteren Menschen zählen, weil wenn ich mir vorstelle, dass einer herkommt und sagt, hier auf eure Burgruine bauen wir jetzt ein Windrad, dann wird mir auch das Messer in der Hose aufklappen, ja. Ja, und zwar schön, das Neckartal und seine Burgruine, das verunschädelt ihr nicht. Aber ja, Kompromisse sollten wir eingehen können. Das ist eben der Punkt. Hinzu kommt auch so, auch in Japan gibt es die Aussage, die Dinger sind zu laut und dann haben die so komische Strahlung und so weiter. Ja, solche Quarknasen gibt es da auch, genau wie bei uns auch. Was eigentlich, wie gesagt, totaler Quark ist. Habt ihr schon mal irgendwas von einem Todesfall gehört? Oder von einem Todesfall gehört, nur weil der zu nah am Windrad gewohnt hat? Ja, das ist problematisch, wenn du ein kleines bisschen mehr von Physik und Mathematik weißt und dann ausrechnen kannst, dass das Unsinn ist. Das ist schlecht, das versaut dir dein Leben, sage ich euch. Niemals Physik studieren. Ja, ich weiß, das ist aber genau der gleiche Blödsinn wie Höhe und die ganzen Kleintiere, die da zersäbelt werden. Ja, Auto, fahrt mal mit dem Auto, gemütlich, Sommerabend lang und dann geht man auch Windschutzscheibe putzen. Dann reden wir nochmal über Tiere. Gut, kommen wir zum anderen Thema, würde ich sagen. Entschuldigung, aber jedes Mal, wenn ich diese News lese, kriege ich Lachanfall. Das ist einfach so, ach echt. Denn im internationalen Schnitt schleidet Japan bei der Gleichstellung der Geschlechter im Parlament schlechter ab. Na, wer hätte das denn erwartet? Ja, das kam vor allem so zwei Wochen nach dem ganzen Sexismus-Skandal und dem Hochengeschiebe im Parlament, weil man seine einzigen paar Handvoll Frauen nicht feuern wollte, weil man sonst keine hat. Japan hat schon vorher angefangen. Wir hatten ja diese Woche den Weltfrauentag, nicht wahr? Und ja, wir haben schon ein paar Wochen lang in Japan eine richtig heiße Phase, was das Thema angeht. Aber jetzt wurde es dann gleich diese Woche noch ein bisschen heftiger. Ja, es gab sogar noch einen zweiten, ach echt jetzt, Effekt. Und zwar, auch die Mehrheit der Menschen in Japan denken, dass Männer in der Gesellschaft bevorzugt werden. Echt jetzt? Ja, die japanische Bevölkerung ist sich durchaus dessen bewusst. Ja, das ist ja schön, da sollte man vielleicht mal was gegen tun. Oh Mann, ey. Ja, vor allem die Bevölkerung hat auch mit einer großen Mehrheit gesagt, also eindeutig, dass man da vielleicht was gegen tun sollte. Das ist ihnen auch eigentlich ziemlich scheißegal, ob das lange dauert. Die meinten so, ja, bis wir, glaube ich, die erste Präsidentin haben, dauert das so 10, 20, 30 Jahre vielleicht. Aber meinten, hey, wir können es wenigstens versuchen. Also man ist tatsächlich irgendwie bemüht, irgendwas zu tun. Und die japanische Politik immer so, ja, wir wissen nicht so recht. Ist es halt ein exklusiver Männerclub? Nein, ihr gebt uns so missverständliche Signale und die ganze Bevölkerung, bitte macht doch was. Ja, das ist überhaupt die Aussage mit den missverständlichen Signalen ist so, könnt ihr eigene Statistik nicht lesen oder was? Alter, was ist daran missverständlich? Michael, man kann keine Statistiken richtig lesen, wenn man sich beide Augen zuhält. Also die Statistiken, die musste echt schwer die Augen zuhalten, um die nicht lesen zu können. Wie schlecht Japan abschneidet im Vergleich zu den sieben Ländern, das ist nicht normal. Tja. Ja, das hat über 100, also Platzierung von 100, da kommt sie gar nicht drauf. Man muss dazu sagen, es gibt auch Studien, beziehungsweise speziell eine Studie, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist, aber ich fand die sehr interessant. Und die belegen, dass wenn Frauen in Führungspositionen sind, es sowohl Unternehmen wie auch Staaten teilweise echt besser geht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt ausgebucht werde, man hat es an Merkel gesehen. Wie ging es Deutschland vor Merkel? Seien wir doch mal ehrlich. Also wirklich toll war das nicht, was der gute Schröder da verzapft hat. Vielleicht ist es aber auch nicht fair. Ja, was ist daran nicht fair? Ja, nach Schröder kann es eigentlich größten Zeit nur noch bergauf gehen. Wollte ich gerade sagen. Ja, okay, aber in dem Fall haben wir halt eine Frau an der Macht und das lief gar nicht mal so schlecht. Also wirtschaftlich gesehen, natürlich, klar, es wurde sehr viel vergessen. Für die Armen wurde nichts gemacht und so weiter. Für die Schulen brauchen wir nicht drüber reden, das weiß ich alles selbst. Aber jetzt rein nur aus dem wirtschaftlichen Aspekt ging es Deutschland damals echt beschissen und wir haben uns gut wieder hochgekämpft. Und daran ist Merkel nun mal nicht unschuldig. Ich persönlich bin jemand, ich würde Merkel nicht wählen, das halten wir mal kurz fest. Nee, danke. Aber trotz allem hat man da gesehen, dass es funktioniert. Und ich meine, hey, warum denn nicht? Es könnte auch Japan mal nicht schaden, da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Also die Frauenquote in Japan, die hat, das Problem liegt wahrscheinlich in der Kultur von großen Organisationen, wie auch Regierungen und großen Firmen und etc. Weil diese Art und Weise Kultur, die da herrscht, ist ja schon ein Stück anders als das, was im Japan im Alltag und im normalen Leben herrscht. Da ist es zwar auch so, dass die Geschlechterrolle nicht unbedingt fantastisch ist, ganz im Gegenteil. Aber da ist die Gleichstellung hinkt da nicht so weit hinterher, wie in großen Organisationsstrukturen. Ja, aber sie hängt, oder auch in kleineren Organisationsstrukturen hast du halt schon das Problem. Kleiner Funfact. Das ist übrigens, also man denkt ja immer zurück, okay, Japan geschichtlich Frauen immer so ein bisschen eingeschränkt. Nee, nee, das war gar nicht immer so. Es gab tatsächlich auch Zeiten, da waren Frauen durchaus in einer sehr, sehr hohen Machtposition in Japan. Und das hat sich halt erst alles nach und nach geändert. Ja, in der Antike gab es auch Japaner Kaiserinnen, die das japanische Volk ganz angeführt haben. Da gibt es auch historische Beweise sogar, obwohl es ziemlich lange her ist. Und auch in der Zeit der Kriegszeit, in den hundertjährigen Kriegen vor der Edo-Zeit, war die Frau eines Samurais, hatte eine ähnliche Ehrenposition wie der Samurai und wurde auch kriegerisch ausgebildet. Die hatte auch dann die Macht über das Haus. Wenn der Mann sie verstimmt hat, dann konnte sie ihm befehlen, rauszugehen und draußen zu schlafen. Und er musste sich dem beugen. Und logisch war sie auch so ausgebildet, dass sie halt den Haushalt verteidigt hat und auch die Ehre des Haushalts sozusagen auch verteidigt hat mit Waffengewalt. Das hat sich halt alles dann geändert in der Edo-Zeit, wo die alles Beamten wurden, die Krieger und nicht mehr wirklich die Krieger waren. Und dann halt auch der Teil der Frau weggefallen ist und weniger wichtig wurde. Also Bürokratie ist der Hauptfeind der Frauen, sage ich mir jetzt schon von vornherein hier. Ich erinnere bloß immer gerne dran, dass in Japan es immer noch üblich ist, dass die Frau das komplette Geld für den Haushalt verwaltet und dass der Mann nur ein nettes Taschengeld pro Monat kriegt. Der hat ja nichts anzufassen. Hey, ganz ehrlich, leg dich mal in der Türkei mit einer Frau an. Heile Witzker, du bist aber ganz ehrlich, ein Mann sagen, dass er ein Arschloch ist, der pustet sich bloß auf. Wenn du es einer Frau sagst, hast du ein Problem. Oh, also wir wohnen neben einer türkisch-russischen Familie und wenn die Frau Mama von dem Mann hier wütend wird, oh boy, also da würde ich schneller rennen als irgendwas und ich bin sehr faul. Aber in dem Moment, wenn die laut wird, kriege ich echt die Hose voll. Also die haben schon dann ordentlichen Respekt vor ihren Damen. Oh Mann, so schade, dass es in so vielen Bereichen dann hinterher hinkt. Besonders hier, wenn es um Job und Arbeitsgeschäft geht. So viele von meinen Kollegen aus der Schule, die hatten so viele 1-0-Erschnitte. Davon hatten wir sechs Damen, die 1-0-Erschnitte haben. Die haben trotzdem halt später weniger verdient durch den bestätigen Jungs, weil es verdammt nochmal ungerecht ist. Die Gesellschaft muss da echt geändert werden. Und dazu hatte extra drei jetzt zum Frauentag wieder mal, ich glaube, das war ein Archivvideo veröffentlicht, zum Thema Frauen und zur allgemeinen Frauen- und Männerwelt. Und da gab es dann die Szene, dass sie ein Bewerbungsgespräch gemacht hat, hat halt alles erklärt, was sie kann und das war also wirklich echt Hut ab. Und gegenüber saß dann halt der Mann, der für die Einstellung zuständig war und der hat einfach nur gehört, ich werde bald schwanger und dann dürfte er jetzt alles zahlen etc. Blablabla. Ah ja. Das ist so, mein Gott, bewerte doch mal die Qualifikation anstelle vom Rest. Das kann doch nicht so schwer sein. Ah ja. Ich meine, selbst in unserer Redaktion klappt das. Wir sind bei uns, glaube ich, deutlich mehr Frauen als Männer. Deutlich mehr, ja. Aber ich kann das auch so, also ich meine, ich bin doch nicht wirklich direkt in der Arbeitswelt drin, aber ich kann das zum Beispiel auch noch verziehen. Ich war auch Klassenbeste in der Mittelstufe und fast alle darunter waren auch nur Mädels. Und ich meine, ich hatte wirklich massive Schwierigkeiten, zum Beispiel einen Praktikumsplatz zu kriegen. Also ich musste zum Schluss zu meiner alten Grundschule gehen, weil mich niemand haben wollte. Aber weißt du, die Jungs hat man dann, da weiß ich nicht, auch zum Kanzlei und Polizei und so zugelassen. Da hat man gar nicht erst genauer nachgefragt. Das war schon sehr enttäuschend. Tja, und der sexistischste Kommentar 2020 geht an eine Frau in Japan. Ja, Gleichberechtigung muss ja mal sein, ne? Oh Mann. Da sieht man, wie sehr das systematisch verbreitet ist, diese Vorurteile und Probleme, ne? Ja, und zwar hat den sexistischen Kommentar die Politikerin Mio Sugita abgelassen. Die sagte nämlich, Frauen würden so viel herumlügen, wie sie wollen. Und indirekt sagte sie damit, dass Frauen bei Übergriffen eigentlich alle lügen würden und das Gesetz für ihre Zwecke zu missbrauchen. Ja, man muss dazu sagen, sie hat diese Aussage in einer nichtöffentlichen Sitzung zu einer Anpassung des Gesetzes für Sexualverbrechen gemacht. Da wird aktuell sehr viel diskutiert, auch zum Frauentag gab das ja sehr viele Demonstrationen deswegen. Ja, und die gute Frau hat auch anschließend behauptet, dass sie das niemals gesagt hätte. Nein, überhaupt nicht. Als sie dabei rauskam, wer das halt geleakt hatte, meinte sie, ja, okay, sie hat es doch gesagt. Aber sie meinte das ja nicht so, das tut ihr voll leid. Ja, und es ist ein sehr widerlicher Kommentar, gerade weil er von einer Frau kommt und gerade weil sie die Statistiken in dem Bereich kennen müsste in Japan und die sind sehr, sehr scheußlich. Das ist krass, dass die Vorurteile so weit verbreitet sind, dass dann selbst von einer Frau, von einer Politikerin auch noch dann dieser Spruch kommt von wegen, dass die Frauen das nur ausnutzen würden, wenn wir die Gesetze so machen würden, dass sie besser geschützt sind. Naja, ihr passiert sowas ja auch nicht. Also sprich, sie wird nie in so einer Situation kommen wahrscheinlich, ne? Ähm, nein, sagt niemand es nie. Ich meine, wir hatten oft genug in den letzten Jahren auch Frauen in der Politik, teilweise in hohen Stellungen, die dann doch in so einer Situation gelandet sind und denen hat man halt einfach nicht geglaubt, ne? Naja, ich meine das jetzt eigentlich auf die Dame bezogen. Achso, okay, ja, sie bestimmt nicht. Das ist eben das Problem. Und jetzt raten wir alle mal, wer ist denn auf dem zweiten Platz? Na, 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 natürlich der, unser, unser, unser... Yashio Mori, das, äh, der gute Mann, der ein, äh, ja, andersrum, ähm, der gute Mann war der bis vor kurzem noch der Chef des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele in Japan, also sprich der, der, äh, für den ganzen Miss verantwortlich war. Und, äh, der hat es dann geschafft, äh, zu sagen, dass, ähm, Frauen, also auf die Frage, warum eigentlich so wenig, äh, keine Frauen im Organisationskomitee ist, äh, dass Frauen einfach nie aufhören zu quatschen. Also grob gesagt jetzt mal, aber das ist so ungefähr eine Tänung gewesen. Und er musste ja tatsächlich dann auch zurücktreten. Ja, aber man muss ja mal dazu sagen, dass, dass der Druck international und auch national enorm war. Also ich glaube, es gab in Japan und auch halt, äh, weltweit noch nie so eine große Empörung wegen eines sexistischen Kommentars. Aber gut, der Mann hat halt eine sehr hohe Position, ist verständlich. Ähm, das Interessante finde ich, dass es teilweise halt Experten innen gab zum Thema Sexismus, die ihn teilweise, teilweise wirklich in Schutz genommen haben. Also sie haben gesagt, es war trotzdem, äh, eine unangemessene Aussage. Aber er hat die wahrscheinlich tatsächlich nicht damit gemacht, dass er jetzt irgendwie wirklich dachte, dass Frauen irgendwie blöd sind. Also er hat anschließend auch den Frauen Komplimente gemacht, die im Ausschuss ist, meinte, ähm, meinte, ähm, dass die meistens die besten Ideen haben, dass die sich unglaublich gut einbringen. Dann, es war halt einfach dieses Vorurteil, was in Japan noch vorherrscht. Also das, die meine... Ja, das hört sich irgendwie wie Geschwätz an am Stammtisch, ne? Genau. Was, was du einfach so daher sagst, ohne drüber nachzudenken. Was natürlich in der Situation, wo er es gesagt hat, und da ist der Chef von dem Organisationskomitee. Ungünstig. Ne, das ist nicht so passend. Ja, aber wie gesagt, viele meinten halt, sie sind in der Hinsicht nicht böse, aber es würde halt zeigen, dass immer diese Denkweise immer noch so massiv in Japan verwurzelt ist, und man gar nicht dran denkt, dass das vielleicht politisch inkorrekt ist. Also ich meine, wie wir halt vor Jahren auch noch alle lauthals über Blondinenwitze gelacht haben, heute denkt man sich zweimal nach, ob man das vielleicht sagen soll. Ja, es sei denn, man hasst Mario Bart, ne? Yes! Ich wusste, dass die Reaktion kommt. Ja, kennste, kennste, ne? Ja, kennste, kennste. Ach, schuldigung. Also egal, wo man eigentlich hinschaut, in jedem Land gibt es da dringend Nachholbedarf. Und meine lieben Männer, ganz ehrlich, spielt doch nicht immer so auf, ihr seid nicht die größten Affen auf dem Baum. Also, wenn wir mal anschauen, was Japan dagegen macht, dann ist es im Moment, weiß nicht, ob ich das als Kurzschlussreaktion bezeichnen sollte. Ja, teilweise. Weil, dann werden gleich erstmal Verbote ausgesprochen, ne? Also, zum Beispiel Veranstaltungen ohne weibliche Referenten bei hier politischen Sachen werden gleich erstmal verboten. Ähm, okay, ja, ich meine, eine Quote so einzuführen, so eine Minimumquote ist nicht immer das Allerschlimmste, es kommt darauf an, wie man es macht. Aber dann halt gleich sofort sagen, ja, ihr habt keine Frauen, dann dürft ihr keine Veranstaltungen machen. Ja, und wenn sie keine Frauen haben, sind sie dann geliefert, müssen sie dann schnell eine besorgen, eine Quote auch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann verstehen, dass man sich gegen eine Frauenquote ausspricht. Ich bin halt der Meinung, die Leistung müsste objektiv bewertet werden. Das Problem ist halt bloß so lange, dass eben nicht passiert. Ja, was bleibt denn da, andere Silberchertsquote einzuführen? Ja, das denken halt immer viele dran, dass da die Leute anfangen, einfach wahllos Frauen irgendwie einzustellen. Aber das ist sie sehr gerne nicht. Also, man möchte eigentlich damit erreichen, dass es eine Chancengleichheit gibt. Das vergessen halt viele. Ja, diese Regelung, dass man jetzt halt Veranstaltungen ohne weibliche Referentinnen verbieten möchte, finde ich auch schwierig. Weil, ich meine, vielleicht gibt es auch manchmal einfach keine geeigneten Personen. Oder vielleicht können die auch zu dem Zeitpunkt nicht teilnehmen. Finde ich schwierig. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, dass das ein sehr radikaler Schritt von Japan ist. Also, so offen zu sagen, wir wollen das dann nicht mehr erlauben. Das hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren noch nie. Ja, dann sieht man auch, wie heftig gerade im Moment das Pegel durch die Gegend schwingt in dem Thema. Ja, es hat schon sehr viel Aufruhr gesagt. Aber vielleicht ist es auch dieser Moment, also dieser Sexismus-Skandal, dass es vielleicht auch dieser Moment gewesen ist, den Japan gebraucht hat, um mal so ein bisschen in den Hintern getreten zu werden. Einfach, damit sie immer sehen, dass man auch international tatsächlich über sie lacht, über diese Situation. Dass man sich vorstellt, wie könnt ihr so jemanden in so einer Position haben? Ist euch das nicht peinlich? Ja, man muss aber dazu sagen, Japan ist das sehr gut, um ignorieren und verschweigen und einfach trotzdem so weiterzumachen. Und ich denke mal, so schnell wird sich da leider nicht wirklich was ändern. Naja, langsam, langsam. Also, wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, es wurden tatsächlich mal dieses Gesetz zur sexuellen Gewalt angepasst. Nicht groß, aber es war. Aber auch zum Beispiel die Sache mit den Kultu, mit den Kleidervorschriften. Klar, es hat sich nicht alles geändert, aber es gab Verbesserungen. Und manchmal ist man über diese Kleinigkeiten Aufruhr, weil es bedeutet, von da aus kann man halt weitermachen. Hoffen wir einfach mal das Beste. Kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Denn Japan ist ja bekanntlich technologieverliebt. Dementsprechend gibt es natürlich sehr viele, sagen wir mal, sehr moderne Häuser und so weiter und so fort. Darunter auch natürlich automatische Parkhäuser, die in Japan aus dem Boden gestampft werden wie nichts Böses. Gibt es natürlich mittlerweile überall, aber in Japan sind die Dinge anscheinend sehr beliebt. Das Problem ist jetzt allerdings, dass ein Gremium der japanischen Regierung davor warnen musste, dass die automatischen Parkhäuser dezente Probleme haben, die zu Abstürzen dieser Paletten führen können, auf denen die Wagen abgestellt werden. Was übrigens auch schon ein paar Mal jetzt vorgekommen ist. Denn die Dinger werden nicht ordnungsgemäß gewartet. Ja, blöd. Das stelle ich mir unglaublich bescheuert vor. Ich meine, der Platzmangel in einer Großstadt wie Tokio ist absoluter Wahnsinn. Und dann ist es nachvollziehbar, dass sie die Autos in teilweise richtig komplizierten Mechanismen übereinander stapeln. Oder da gibt es so eine Art von, ich habe dir bestimmt vielleicht im Internet schon mal gesehen, eine Art von Parkhaus mit so einem Aufzug, wo die Autos sozusagen einsortiert werden, als wäre es ein Lagerhaus und der Aufzug einsortiert ist wie so ein Roboter, der die Waren einsortiert. Die stehen da alle so übereinander auf dünnen Metallplattformen. Was heißt auf dünnen? Eigentlich sehen sie relativ stabil aus. Aber dann sehe ich Fotos hier, wo die Dinger einfach eingeklappt sind und auf andere Fotos draufgefallen sind. Uiuiui. Es ist halt so, dass gerade bei neuen Wohnhäusern in Großstädten immer im Prinzip so eine Anlage mit eingebaut wird. Weil das halt einfach natürlich Platz spart und Parkplätze, darüber brauchen wir gar nicht erst reden. Da findest du in Köln ja schneller ein. Allgemein ist die Situation zum Beispiel in Tokio so, dass Straßenverkehr, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Dinger müssen halt auch gewartet werden. Und das wurde halt von einem Fall berichtet. Da war das Unternehmen zwar da und hat die Mieter auch aufgeklärt, hat ihn aber vergessen zu erzählen, was so passieren könnte, wenn das nicht gemacht wird. Er wurde es natürlich nicht gemacht. Klar, Mieter wollen auch Geld sparen. Naja, und das Ergebnis war, ich parke da mal mein Auto, das jetzt irgendwie ganz klein, flach und ein bisschen kaputt ist, würde ich sagen. Weil einfach das Auto samt der Palette runtergerasselt ist. Und die Vorfälle häufen sich halt. Also aktuell wurden zwischen 2017 und 2019 elf Vorfälle gemeldet. Man geht aber davon aus, dass sich das jetzt im nächsten Jahr noch drastisch steigern wird. Und deswegen sollen doch bitte mal neue Regeln aufgestellt werden, was die Wartung angeht. Das Problem ist, das zuständige Ministerium hat sich dazu entschieden, naja, wir geben da mal eine Empfehlung raus. Wir wissen ja, Japan gibt ja keine Regeln, da gibt es ja nur Empfehlungen, nicht? Aber jetzt mal ernsthaft, die Versicherungsvertreter und Agenten, die sind doch am Rotieren, oder? Die Vorstellung, dass überall nur marodierende, oder nicht marodierende, sondern marode, marode Parkhäuser oder sowas sind, wo die Autos runterfallen können, da dreht die Versicherung doch am Rad, oder? Keine Ahnung. Also da gab es noch keine offiziellen Informationen drüber. Aber wenn das noch häufiger vorkommt, bestimmt. Mich macht der Gedanke ziemlich nervös. Ich meine, klar, man sitzt in dem Auto nicht drin, aber stellt euch mal vor, man würde genauso mit Fahrstudien umgehen. Es gab auch schon genügend Vorfälle, wo sich Menschen verletzt haben, nachdem sie ihr Auto eingepackt haben und dann herausgelatscht sind zum Beispiel. Oder es gibt ja immer davor so ein Transportband im Prinzip, was dann den Wagen auf diese Palette draufschiebt. Und auch da ist es schon sehr häufig zu Unfällen gekommen, weil die einfach nicht ausreichend abgesichert sind. Üch. Okay, ich nehme sie dazu. Sie sind nicht ganz unheimlich, wie alte, ungewartete Fahrstühle. Da können wir auch drauf verzichten, danke. Nicht das Schoßhündchen im Auto lassen, wenn man einkaufen geht bei sowas. Allgemein sollte man sein Schoßhündchen immer nicht im Auto lassen. Nicht, aber okay. So, und jetzt noch eine Nachricht. Ja, eigentlich ist das Sarkasmus, wenn wir darüber jetzt reden, oder? Ja, ist egal. Wenn es mit einem kleinen Klempner zu tun hat, ja. Ja, hat es. Denn super. Es tut mir jetzt wirklich leid, aber es ist so meine News. Super Nintendo World wird am 18. März eröffnet. Und jetzt werden mich, glaube ich, alle Menschen hassen, die nicht unbedingt nach Japan reisen wollen. Ich finde es komisch, ja. So eine Riesenveranstaltung wie der Comic Market, der zweimal pro Jahr in Japan stattfindet und zwischen 500 und 757.000 Leute anzieht über drei Tage, der wird verschoben auf unbestimmte Zeit. Ob er überhaupt dieses Jahr im Winter dann stattfindet, ist auch noch fraglich, weil die Situation, die Realität ist halt brenzlig. Aber Super Nintendo World, das macht auf. Naja, man kann das vielleicht so argumentieren. Warst du schon mal auf dem Comic Market? Nein, ich habe es aber gesehen von außen. Das reicht mir. Ich war zweimal, nee, eigentlich dreimal. Das dritte Mal kann ich mich nur nicht daran erinnern, weil ich irgendwas vom Kopf gekriegt habe. Aber da ist es so, da schiebst du dich im Prinzip durch. Super Nintendo World hat ein bisschen mehr Fläche. Da kannst du das Ganze ein bisschen besser steuern und den Eingang auch ein bisschen begrenzen. Das kriegst du bei der Comitec allerdings nicht hin. Dann wird das einfach vor die Tür verlagert. Das ist wiederum ein bisschen schwierig bei so bei Nintendo World. Außerdem muss man mal ... Achso, Entschuldigung. Nee, ist so geil. Ich würde sagen, außerdem muss man mal das Wichtigste erwähnen. Es ist unter freiem Himmel und nicht in einer Halle. Also das ist das meiste von diesem kleinen Park. Es ist außerdem ein Parkabschnitt. Es ist kein separater Park. Es ist Teil des Universal Studios Japan. Und das hat sowieso zur Zeit offen. Das hat auch Begrenzungen und Maßnahmen. Also die sind relativ gut vorbereitet. Und wie gesagt, der Pluspunkt ist halt, es ist im Freien. Und man will das alles auch mit Maßnahmen begrenzen. Also es dürfen dann nicht die Menschenmassen da durchrennen und sich in die, weiß ich nicht, was es da alles gibt, quetschen. Ich denke schon, dass das nicht schlecht ist. Vor allem, weil es wurde ja jetzt schon mehrmals verschoben. Und ich glaube, dieser Freizeitpark knabbert auch so langsam an den Kosten. Definitiv. Weil jede Verschiebung ist halt wahnsinnig viel Geld, was dem Flöten geht. Also ich bin mal gespannt, wenn er aufmacht. Denn, also was da vor der Tür los sein wird. Ob die das irgendwo unter Kontrolle kriegen. Ich denke schon, dass viele, die vor sich fallen lassen, werden sich doch vor die Tür stellen. Weil auch in Japan kann man es kaum abwarten, bis das Ding aufmacht. Das geht aber auch gar nicht. Du kommst in die Universal Studios meines Wissens zur Zeit nur mit einem vorherreservierten Ticket rein. Also du kannst dich da nicht in die Kasse stellen und sagen, ich will rein, du musst das alles vorher reservieren. Sonst wird das schon nicht. Und ich denke, das wird bei diesem Parkabschnitt sowieso eine limitierte Ticketbegrenzung gegeben. Ja, da kann man sowieso von ausgehen. Oh Mann, das setzt die Nachricht von den japanischen Airlines, die dann sämtliche Flüge da so aussetzen, irgendwie ein neues Licht. Japan macht Nintendo World auf und der Rest der Welt, ihr kommt in die drei. Also es sieht schon, um auf den Park mal selbst zu kommen, das sieht schon wahnsinnig cool aus, die Attraktionen und so. Du machst es gerade nicht besser, das weißt du. Ja, sorry, aber ich bin auch gespannt, wie es ankommt, weil man hat ja ein sehr interessantes Konzept vorgestellt, weil dieser Parkabschnitt soll im Prinzip wie ein reales Videospiellevel funktionieren. Man kriegt da so schicke Uhren, da kann man dann mit den Sachen und Gegenständen, Objekten an diesem Parkabschnitt interagieren. Aber ich bin mal gespannt, wie das ankommt, weil sowas habe ich, glaube ich, noch nie in einem anderen Freizeitpark gesehen. Also so wie Pokémon Go, nur halt ein ganzer Park dafür, das wird lustig werden. Nein, nicht nur. Also es ist nicht nur, dass du irgendwie, weißt du, nicht dein Armbändchen voran hältst und dann macht es halt bling, 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 sondern du kannst tatsächlich damit kleine Spiele spielen und Münzen sammeln. Und wenn du bestimmte Münzen gesammelt hast, kannst du dann gegen Bowser kämpfen und irgendwelche Sachen dann sammeln. Also es ist sehr faszinierend, das Konzept. Also wenn das irgendein anderes Jahr gewesen wäre, da würden jetzt die Aktien von Nintendo aber einen riesen Steilflug machen. Naja, die machen ja so oder so momentan schon einen Steilflug. Wenn man sich mal da anschaut, was Disney verdient, nur mit ihren ganzen Vergnügungsparks. Das ist so viel mehr, als sie jemals durch ihre Filmsachen und alles verdient haben. Auch jetzt im Vergleich zu ihrem gigantischen Filmimperium, das sie sich aufgebaut haben, ist es immer noch ein Witz. Also sie verdienen so viel mehr mit ihren Vergnügungsparks. Ja, das ist halt jetzt irgendwie sehr komisch, dass es jetzt anfängt. Damit ist es auf jeden Fall kein Paukenschlag, wenn der jetzt aufmacht. Aber was soll man machen, ne? Also ich finde es auch nicht unbedingt gut, dass sie jetzt aufmachen, aber ich kann es halt absolut nachvollziehen, wie Soze gesagt haben. Nochmal verschieben ist halt nicht drin. Es ist halt wie mit den Olympischen Spielen, gell? Oh Gott. Naja, das ist jetzt ein harter Vergleich. Aua. Ja, gut, aber wie gesagt, es geht halt immer noch ums Geld. Das wollte ich eigentlich damit sagen, dass man irgendwann an die Schmerzgrenze kommt, wo man sagt, na, jetzt geht es nicht mehr. Ich meine, der Disneyland in den USA hat auch im Prinzip zu Hochzeiten Corona aufgemacht. Aber gut, man muss auch mal dazu sagen, Disney ist evil. Die ist, glaube ich, ziemlich egal, ob ihre Besucher dann wegsterben. Irgendjemand wird schon kommen. Ja, aber genug Nachschub. Also ich weiß nicht, ich weiß, das fällt sich ja zu böse an, aber es war halt wirklich, das Disneyland in Kalifornien, weißt du, die Zahlen waren absolut durch die Decke und die haben dann so einen hübschen Trailer veröffentlicht. So, ja, wir freuen uns, dass ihr alle wiederkommt und jemand hat dann halt so Horrormusik runtergelegt, weil es genau im Prinzip das war. Es war im Prinzip so, ja, kommt her, gebt euer Geld aus und danach ist es uns eigentlich egal, was mit euch passiert. Geld her und dann gestern. Autsch. Was haben wir denn noch? Ach ja, genau. Kennt ihr eigentlich die Gatebox? Ja. Die Gatebox ist cool. Ich habe hier sogar eine stehen. Aber ziemlich zickig, muss ich sagen. Also ich kämpfe ja immer schon mit meiner anderen Sprach-Bubblebox von dem großen Versandhändler. Mit Gatebox ist ja noch schlimmer. Das Ding ist halt, ja, sage ich, es ist noch ein bisschen kompakt, aber du hast halt eben dein Anime-Mädchen im Glas. Und nein, ich habe sie übrigens als Presseexemplar bekommen, zum Ausprobieren. Sowas würde ich mir normalerweise definitiv nicht in die Vermutung stellen. Ja, tatsächlich. Ich habe nicht mal diese komischen Kissen, wo Anime-Mädchen drauf gedruckt sind. Also bitte, ja. Das Lustige ist, Gatebox hat nun angekündigt, aber was wir in klein können, das können wir auch in groß. Und wollen jetzt ein Hologramm in, ja, halt ein ziemlich groß, also Menschgroße im Prinzip herstellen. Irgendwo in dem Moment, als es angekündigt haben, haben tausende Otakos vor Freude aufgeweint. Ja, anfassen kannst du immer noch nicht, sonst lasst du da drüber, ne? Naja, trotzdem, aber es ist immerhin lebensgroß. Es ist auf jeden Fall sehr futuristisch, sehr Cyberpunk, ne? Dass du deine sozusagen, ja, die Alexa-Variante oder wie soll man es ausröten? Ist es im Endeffekt wie so eine Museumsführung oder so was oder eine Empfangsame? Ja, ungefähr, genau. Es ist im Prinzip das Gleiche wie eine, ich kann natürlich auch schon mal hinter mich steht eine, also wie so ein Sappelgerät. Ähm, aber, äh, hat, hat halt eine KI in Anführungsstrichen und, äh, sollte halt intelligent antworten. Ist halt eben als Empfangsame tatsächlich geplant. Das kann ich mir auch vorstellen, weil die Dinger im kleinen Format sind schon arschteuer. Ich weiß nicht, 13.000, 13.000? Ja, so ungefähr. Ja, also, die sind wahnsinnig teuer, deswegen, ja, ich glaube, so ein großes Ding kann sich wirklich kaum jemand leisten. Aber ich erinnere mich jetzt, als das damals in Japan vorgeschlagen wurde, die Vorbestellungen waren sofort ausverkauft. Ja. Also es war riesig. Ähm, und ich weiß auch, dass man geplant hat, das mal in den Westen zu bringen. Das hat man auf seiner Messe vorgestellt, aber weil wir mit unserem weißen Pupo natürlich keine Anime-Mädchen bei uns im Haus haben wollen, hat man so hässliche, westliche Avatare erstellt. Also sie sahen wirklich hässlich aus, wie so die ersten 3D-Modelle aus Videospielen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, ob es diese englische Version tatsächlich jemals gab. Ich hoffe nicht, weil, wow, das hätten mir echt Albträume beschert. Aber ich hoffe immer noch, dass sie die Originalfassung irgendwann mal in Englisch rausbringen, weil ich, ich hätte schon ganz gerne so einen Teil. Also es kommt echt auf die Einstellung der Leute ein. In Japan ist es viel einfacher, wenn dann hier so in Städten wie Hakone einfach Roboter im Empfang stehen. Oder dass auch mit Roboter, wie heißt es nochmal, in Cafés mit der Bedienung gemacht wird. Bei uns ist es ja eher weniger noch ein Fall. Ich meine, der eine Roboter von der Bahn, der dann die Leute begrüßt, das war ja auch eher so eine Art von Werbegag, oder? Das war tatsächlich eine Zusammenarbeit mit Japan. Also wenn wir jetzt von demselben Roboter sprechen, das Problem ist bloß, dass es ist von der Deutschen Bahn. Also dementsprechend hat es bei der Präsentation nicht so funktioniert, wie es sollte. Was für uns Deutschland ziemlich peinlich war in dem Moment. Aber nein, es war tatsächlich ernst gemeint. Ja, das Problem ist halt, wir sind halt ein Land der Dichter und Denker, oder ja, ich weiß, ihr fallt jetzt alle lachend um, aber wir sind definitiv kein Land der modernen Technologie. Schade eigentlich. Denn, also wie gesagt, ich finde sie eigentlich ganz witzig, wenn sie denn mal reagiert. Man muss ja schon mit der Aussprache ein bisschen sehr genau sein. Und natürlich, meine reagiert nur auf Japanisch. Aber das ist eigentlich wirklich schon ein witziges Ding. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich hätte auch nichts dagegen mit Roboter im Leben, oder mit meinen Robotern oder so zu tun zu haben. Ich mag moderne Technologie, warum denn nicht? Ist doch halt alles Spaß, kann man dran basteln. Also ich bräuchte einen Roboter für den Garten, der jedes Mal, wenn so ein blöder Vogel daherkommt, um uns die Samen aus dem Boden rauszupicken, dass er den verscheucht. Das sind sich Vogelsteuche übrigens. Ja, die funktionieren nicht. Ich brauche was Interaktives, dass du den Bild von mir schickst. So ein Laser-Zapper nachher noch. Ah! Muss ja einfach nur eine kleine Wasserspritzpistole sein, das reicht doch schon. Ja, also das, was halt bei diesen Dingern damals für große Besorgnis gesorgt hat, wir dürfen nicht vergessen, Japan ist ein sehr einsames Land. Und ja, es gibt auch Menschen, die dort ihre Plüschkissen mit Anime-Aufdruck heiraten, einfach weil sie es können. Ja, und viele haben halt befürchtet, dass diese Menschen durch diese Geräte halt noch mehr in die Isolation geraten. Weil es ist tatsächlich aufgebaut wie, naja, wie ein Partner, der halt zu Hause auf dich wartet. Also wenn du zum Beispiel nach Hause kommst, dann haben die schon vorher das Licht angemacht, dann wurde die Heizung oder die Klimaanlage angeschaltet und dann wird man halt auch begrüßt, schön, dass du wieder zu Hause bist, ich habe auf dich gewartet. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Leute, die vielleicht psychisch etwas labil sind, da eine gewisse Abhängigkeit planten. Gut, man darf aber auch auf der anderen Seite nicht vergessen, dass es halt nicht nur psychisch stabile Menschen in Einsamkeit gibt, sondern halt auch Otto-Normalverbraucher oder halt eben introvertierte Menschen, denen das wiederum helfen könnte. Also das ist halt immer so eine Sache, man sitzt sich dabei, das gleiche Argument gibt es hier übrigens auch mit den ganzen Bubbleboxen, dessen Namen ich immer noch nicht sagen darf. Da gab es, oder gibt es immer wieder die Diskussion, ja, und das ist ja für Menschen nicht gut und dann gehen ja der Mensch in Kontakt flirten. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe so eine Box momentan lieber als mancher Mensch um mich herum, weil ich da wahnsinnig werde. Die Antworten sind logisch, wenn sie denn antwortet. Ja, es ist halt immer zwei Seiten solche Sachen, also klar, es kann Leuten helfen, die vielleicht einsam sind, aber halt einfach nur so ein bisschen Gesellschaft braucht, weil ich meine Einsamkeit macht krank. Hey, warum holen sich Menschen Haustiere? Eben, das wollte ich gerade sagen, zum Beispiel für Leute, die halt keine Haustiere haben können, weil, weiß ich nicht, Wohnung verbietet jetzt kein Geld, wobei kein Geld ein doofes Argument ist, wenn ich über so eine Box kaufen kann, kann ich mir ein Dutzend Haustiere holen. Ja, so teuer ist jetzt so eine Bubblebox von dem Versandriesen oder von Goggle und Co. Ach so, du meinst das jetzt allgemein, ja. Ja, okay. Nee, es ist halt einfach der Punkt, man muss es immer, also man darf es nicht immer nur auf eine Gruppe Mensch zusammen komprimieren oder beziehungsweise als Argument hernehmen, weil das ist in meinen Augen grundsätzlich immer falsch, wird bei uns viel zu gerne gemacht. Das sieht man ja gerade an den Schulen, wie war das doch? Kinder müssen in die Schulen, hallo Studenten, sind jetzt keine, sind uninteressant, aber ist ja auch egal, um unser Vorgespräch nochmal aufzugreifen, aber es ist halt so, nicht jeder Mensch ist gleich und man darf nicht immer nur von dem einen ausgehen, weil man halt der Meinung ist, ja mein Gott, wenn man einsam ist und sich sowas hinstellt, dann hat man sowieso nicht alle Latten am Zaun und man vereinsamt noch mehr und manche Leute vereinsamen dann eben nicht noch mehr, sondern sie sehen es halt einfach als Ergänzung an. Klar, es gab auch schon Momente, wo ich mit meiner Bubblebox ganz lustige Diskussionen hatte, manchmal antwortlich, ich kann so gar nicht drauf, das ist echt ein bisschen ätzend, aber trotz allem ist es nicht so, dass ich auf einmal kommunikationsunfähig geworden bin, weil, hallo, ich rede nicht mit euch im Podcast, aber das sage ich ja nicht. Ich mag halt eben nicht, mich direkt mit Menschen zu treffen, ich habe einfach keine Lust mehr dazu, so fertig, aus. Oh Mann, ja die Diskussionen und die Ängste darum, die stören mich gar nicht, weil es sind Diskussionen und Ängste um Zukunft, um Fortschritt, um technologischen Fortschritt und das ist eigentlich immer grundsätzlich im Prinzip was Gutes, dass wir uns da vorne bewegen. Und wir werden uns noch weiter verändern, weil Fakt ist nun mal, dass jedes Industrieland eigentlich eher viel zu wenig junge Leute hat, ergo die Arbeitskräfte gehen nun mal flirten, wir brauchen Alternativen. So, wir haben jetzt hier in Deutschland ein ganz gewaltiges Problem, um das auf unser Land zu stützen. Wir haben immer weniger junge Leute, auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass wir immer ältere haben und wir haben das Problem, naja, dass sehr viele einfach keine Ausländer bei uns haben wollen. So, was machen wir denn dann? Wo sollen die Arbeitskräfte herkommen? Also, wenn das eine Schulig ist, dann kümmert euch wenigsten oder lehnt wenigstens Technologie ab. Es funktioniert so einfach auf Dauer nicht mehr. Das ist einfach ein Fakt, der sich von der Hand zu weisen, rein realistisch gesehen. Und wenn halt eben moderne Technologie helfen kann, ja Gott, warum denn nicht? Ich meine, ernsthaft, was war denn damals los? Oh Gott, Internet. Da gab es ja die lustigsten Geschichten in den Medien etc. Blablabla. Und jetzt hat jeder so ein Ding. Also, es ist doch kaum ein Mensch hier ist noch offline. Klar, gibt es auch immer noch, aber der größte Teil ist halt online. Das gehört mittlerweile zu unserem täglichen Leben und das ist doch mit jeder Technologie, solange sie sinnvoll ist. Ja, der Siegeszug des Smartphones unaufhaltsam. Zum Beispiel. Kann sich immer noch an diese Pressemitteilungen erinnern, wo man über das erste iPhone gesprochen hat und meinte, ja, das ist ja ein nettes Spielzeug, aber das will nachher sowieso keiner haben. Das setzt sich nicht durch. Ja, das hat vielleicht mit dem allerersten Smartphone von IBM geklappt. Okay, zugegeben, weil das Ding war auch wirklich totaler Mist, aber naja, es hat sich halt durchgesetzt. Also, man soll sich nicht immer nur verschließen. Klar, es gibt so viel unsinnigen Blödsinn, der auf den Markt kommt, das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen, aber auf der anderen Seite, wir können nicht ewig so weitermachen wie bisher. Es wird einfach nicht funktionieren. Das bestehende System ist nicht endlich. Das ist einfach nur mal ein Fakt, den kann man nicht von der Hand weisen. So, und ja, toll, wie sollte das dann noch weitergehen? Wir werden nun mal weltweit nicht genügend Arbeitskräfte haben, um wirklich jede Branche weiter zu machen. sehen wir in Japan, den Arbeitskräftemangel, der ist da halt immens. Und natürlich stützt man sich dann auf Technologien, um das eben irgendwie auszugleichen, weil der Laden muss ja trotzdem weiterlaufen. Und das Gleiche, es wird bei uns auch irgendwann so sein, wir sind zwar noch nicht so schlimm oder stehen noch nicht so da wie jetzt Japan zum Beispiel, aber wir werden da definitiv hinkommen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Denn, sagen wir mal ehrlich, ich kann verstehen, dass man kein Kind zu dieser Zeit in die Welt setzen möchte. Erstens, teuer. Zweitens, teuer. Drittens, naja, wenn ich mich so umgucke, ne, ich würde das auch nicht mehr machen. Nicht so prechnende Aussichten. Genau, das ist das Problem. Ja, aber wie gesagt, also ich wollte ja nochmal betonen, dass ich absolut nichts gegen neue Techniken habe. Aber wie gesagt, ich weise immer nur gerne darauf hin, dass man halt auch die dunklen Seiten davon immer bedenken sollte. Ja, natürlich. Weil viele sagen halt immerhin so, oh ja, shiny, alles neu, toll. Und dann hat man aber halt auch manchmal so Situationen, wie wir halt in Deutschland, wo wir zum Beispiel mit Cybersicherheit so am Arsch sind, auf gut Deutsch. Japan ja auch, ne? Ja, sagen wir mal, man bemüht sich deutlich mehr als Deutsch. Nein, 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 sorry, da muss ich mal widersprechen, das stimmt nicht. Ich hatte den Eindruck, dass es anders ist. Ja, nee, in Deutschland kriegt man immer nur die negativen Teile mit, aber es ist tatsächlich so, dass wir in Cybersicherheit gar nicht so schlecht dastehen. Bei den Firmen ist es leider manchmal ein bisschen anders, aber da ist Japan jetzt auch nicht unbedingt gerade besser. Aber so von Regierungsseite her haben wir tatsächlich schon sehr, sehr fähige Institutionen dafür, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist so, ja natürlich, klar, ich kenne auch die Sachen, oh Gott, und so eine Bubblebox sendet halt alles rüber und so weiter. Gut, bei mir tut sie es nicht, ich kenne mich halt mit dem Scheiß ein bisschen aus. Ich weiß auch, dass das durchaus gefährlich ist, natürlich. Ich bin mit meinen Daten sehr, sehr vorsichtig. Aber da muss ich sagen, ist es auch wieder so eine Sache mit der Medienkompetenz. Dann muss man diese halt schulen. Und das ist auch kein Ding der Unmöglichkeit. Man muss es halt nur mal machen. Und das Problem ist, wie ich sagte, Internet ist bei uns allen angekommen. Außer in der Regierung, da gibt es noch ein bisschen Defizite, nicht? Aber das ist in Japan auch nicht anders. Und das Ding ist halt, wenn man neue Technologien einführt, dann muss man halt eben die Bevölkerung darauf vorbereiten. Und genau das wird überall verpennt. Und das war halt der Punkt, den ich meinte. Man muss sich halt auf Probleme vorbereiten und damit auch Wissen umzugehen. Weil sonst hat man halt so Situationen wie in Deutschland oder Japan. So, und nachdem ich mich jetzt als Sozialphobiker hingestellt habe, ganz hoch offiziell, würde ich sagen, beenden wir mal den Podcast, sonst rede ich mich ja heute noch im Koch und Kragen. Du meinst mehr, als du es jetzt bisher schon getan hast. Ja, ich weiß. Mittlerweile sollte man ja... Ich kann nichts dafür. Ich war halt auf ein paar Konz wegen Sumi-Kai und habe dann Totalschaden abbekommen. Ich kann es nicht ändern. Sumi-Kai ist schuld. Ja, Sumi-Kai ist schuld. So, 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 so. Das böse Internet. Naja, das Ding findet im Internet statt. Könnte vielleicht daran liegen. Ja, das böse Internet. Die Menschen im bösen, bösen Internet. Naja, genau genommen ist Köln dran schuld. Ich will nicht unter die Menschen hier gehen. Genug vor Ort, genug. Ich habe Angst davor. Egal. So, liebe Leute. Damit sind wir dann durch für heute. Ich hoffe, wir haben einen guten Bleibenden Eindruck hinterlassen. Streicht das Gute. Bleibende ist auf jeden Fall da. Aber wir wünschen euch eine schöne Woche. Hört nächsten Mittwoch wieder rein. Da gibt es dann auch, wie üblich, eine Stunde und ein paar Minuten News. Ansonsten, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, was ich zwar bezweifle, aber kann ja sein, hört uns, Quatsch, hört euch unseren neuen Podcast an. Worlding Sushi Anime News, der kommt jetzt immer jeden Montag. Nächste Folge sind, glaube ich, nur Matze und Miki, wenn ich mich gerade nicht irre. Also, ich war nicht dabei. Jawohl, ein Duo. Ja, ihr habt mal Ruhe von mir. Aber das ist eine Ausnahme. Ansonsten, kommt auf Sumikai, freut euch auf tolle Japan News. Wir haben ja jeden Tag einige, bekanntlich auch einige, die wir euch hier nicht vorstellen können, weil wir euch die Bilder nicht zeigen können. Da haben wir sogar einige ziemlich geniale letzte Woche gehabt. Tja, und ansonsten, bleibt gesund, habt Spaß, passt auf euch auf. Mehr fällt mir auch nicht ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal.